Hallo Leute und herzlich willkommen zu Staffel 1 mit Red zusammen und der Hei ist jetzt ge... Oh ja, tschüss, Red, ne? Oh, hier oben ist wieder so ein Loch mit Heilsalbe hoffentlich. Ja, ich hab Heilsalbe gefunden. Och man, er geht weg. Heilsalbe, retten wir den Arsch. Ja, wir wisst ja... Oh Gott, nein. Wir haben ein bisschen... Oh Gott. Bitte, greif mich an, aber in die Säule. Come on, das musst du dich jetzt treffen. Ja, er hat einen richtig gegengeballert. Eins von vier. Von vier? Oh mein Gott. Na, wahrscheinlich so dick wie die Säule ist. Guck mal, da hat nur eine Schicht abgebrannt. Och scheiße. Gar kein Bock. Die Leute, wie gesagt, wir haben ein bisschen Struggle mit dem Hai, aber es kommt gut. Es geht in die richtige Richtung, Aua. Außer Jitte mich so weg wie jetzt. Oh, er hat mich zum Luftgejittet. Oh, fuck. Moin, Michael. Moin. Ja, ja, ja. Come on. Come on, das reicht. Nein, wieso denn so knapp? Loll, er hat mich aus dem Tower rausgeschmissen. Mann, Alter. Was ist das auch für eine Persönlichkeit, der hat? Ja. Wieso kann man nicht Sprint schwimmen oder so? Er hat mich schon wieder rausgeschmissen. Ich glaube, ich will mich einfach nicht drin haben. Ich fühle mich gemobbt. Ich glaube, das wird schneller gehen, wenn einer von uns diesen Hai-Trayer und der andere am Rand schild. Es gibt am Rand solche Luftfelder. Da kann man auch rein. Da ist auch einmal Heilsalbe. Oh ja. Warte, das passt jetzt. Komm, er ist verwürzt. Ja. Ja. Ja, Hai. Er glitscht aber auch immer so halb durch. Muss halt genau dahinter sein. Das nervt mich, das Spiel. Das blöde Spiel. Eine war es einfach immer bei der Säulenchille. Ja. Er hat getroffen, ne? Ja, weil ich dahinter war. Geil. Geile Meile. Wieso denn jetzt auf mich, Alter? Redchill doch bei der Säule. Hallo? Ja, eben rum. Ich habe Schiller. Freiheit. Ähm. Aua. Hauptsache, er schießt mich wieder durch den ganzen Ort. Ich bin mittlerweile relativ tot. Ich sollte ihm ein bisschen auszeigen. Mann, hier am Rand. Komm mal mit. Komm mal mit, komm mal mit. Komm mal her. Ja. Wo bist du? Komm hierher. Oh, ne, da Hai. Aua. Ah, ah, ich bin da Hai. Über dir, über dir, über dir. Der Bildschirm wird grau. Oh nein, mein Kind, bitte nicht. Hier ist heiß, habe ich jetzt heiß, habe ich hier kommt, nimm die. Wo haben die gedroppt? Ach, hier. Oh, geil. Einreiben. Oh, oh, oh. Ui. 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 Ui, Memo. Die hat gut getan. Oh, ne. Dann schille ich jetzt hier ein bisschen. Dann kannst du versuchen, ihn ein bisschen. Aber eigentlich... Ah, lol. Oh, der bricht das ab hier. Komm, jetzt mach doch mal, ich geh mal weg. Geh mal weg. Oh, ne. Achtung, Gretz. Da. Er lässt sich halt nicht full charge auf. Aber ich jedes Mal hier wieder reingehe, weil ich komme hier nicht raus, ohne dass er mich einmal hittet. Ach, da war. Komm. Ah, meine Luft. Warte, aber ich kann jetzt vielleicht... Perfekt. Er chargt. Und er trifft mich. Er ist raus, er ist rausgegangen. Oh, kurz Luft hier bei den Seitendingern. Da ist noch mehr Hallsalbe. Hey, kommt die hier einfach random, oder? Ich bin nicht an der Säule. Wenn er auf mich Fokus ist, dann macht er kaputt. Okay, dann bleibe ich hier. Komm gar nicht raus. Er sieht mich nicht, weil ich um die Säule ranne. Ja, du musst ein bisschen neben die Säule stehen und danach dahinter gehen. Ist er dich spottet. Und da musst du dahinter gehen. Ja, jo. Ah, ist noch nicht offen, ne? Nee, das hat Mies gescheppert, ne, noch nicht. Aber er ist halt herzlich hier gescheppert, ja. Und jetzt können wir ablösen. Jetzt kann ich zur Säule gehen und du kannst an der Wand gehen. Okay. Hauptsache, du merkst nebenbei noch chill. Oh mein Gott, er ist perfekt. Nein, mach ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Na, wieso gehst du nicht jetzt raus? Och, Mann. Weil er mich gerade einmal gehittet hat. Aber er macht dich tatsächlich schon. Alter, er fährt die ganze Zeit nebendurch. Was ist mit ihm? Hörst du das? Ja. Oh. Oh. Also nicht immer. Komm schon. Ich ertrinke zwar fast, aber vieles letzte Mal. Okay, danke. Ja, also soffen, Meiken. Ja. Ich nehme jetzt direkt ein Fass und mach das da rein. Okay, ich muss hier kurz ein bisschen Luft holen, bevor ich hier weg kann. So, oh mein Gott. Also das muss ja das letzte gewesen sein. Hier war ja nur noch eine Säule. Ja. Oh, fuck. Er hat mich von der Luft weggemacht. Aber genau zu einer anderen hin. Perfekt. Danke dir. Korrechter Bowie. Ich bin nur fast am sterben. Ich möchte hier nochmal Heise selber haben. Ich hoffe, hier ist noch welche. Okay, dann bleib ich schon mal ready zum Triggern. Das Fass ist ja jetzt drin, ne? Ja. Mhm. Ja. Na scheiße, hier war keine Reise. Er ist perfekt gerade hier reingekommen. Komm schon. Ja, ich bleib hier hinten in der Ecke. Das hat mich nicht fokust. Hi. 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 Schau mir das aus der Entfernung an. Hi. Hi. Ich wollte es vielleicht ein bisschen weg. Jo. Jo, eine Ruhm schafft aufs Team. Er tut. Oh mein Gott. Du musst helfen, weil ich stirb gleich. Geh lieber Luft holen, anstatt looten. Oh mein Gott, gib dir viel Fleisch. Holy shit. Wie viel hast du? Alter, ich hab schon jetzt 20. Ich hab seinen Kopf. Alter, ich hab über einen Stack Haifleisch. Ich hab vier. Und sein Kopf. Und ich sterbe gerade. Oh mein Gott. Cool. Und was bringt uns das jetzt? Nein, es geht da oben noch weiter, ja, ne? Ja, ich denke schon. Irgendwann muss das doch jetzt hier gegeben haben. Fette Hai auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt hier rausgekommen. Boah, ich bin in der Luft gewesen. Ich bin in einem Raum. Hä? Ach, hier drüben geht es weiter bei den Rolltreppen. Alter, Rolltreppen, wie geil. Ist auch so eine geile Erfindung einfach. Ja, wirklich. Die leugnen aber richtig krass. Ui. Nichts. Ah, guck mal, was wir hier haben. Den Kran-Schlüssel. Windturbine. Oh mein Gott, geil. Oh, die Windturbine ist, Mike, die Windturbine ist wie, ähm, wie, äh, das, ähm, wie das Ladegerät. Nur halt, dass es mit Wind funktioniert. Oh mein Gott, wir müssen da nicht diesen Biokraftstoffen. Oh mein Gott, das müssen wir unbedingt bauen. Windenergie. Kommst du hoch? Wir sind da hochgekommen. Ja, einfach hochgegangen. Ja, bei mir hat die Leiter nicht funktioniert. Natürlich. Also schon das fette Rohre. Ja, das läuft durch die Rohre. Ja. Und dann plumpst du mir hier wieder raus. Plump. Ah, da sind weitere Rohre. Komm, wir bestimmt jetzt irgendwo draußen raus. Ja, warum ist das zwei Rohre? Ich geh links. Okay, ich geh rechts. Beide tot. Ja. Ah, wow, wir kommen einfach richtig unnötig. Sein High-Kopf, den kann ich mir nicht aufziehen, sondern er zeigt er mit dem Finger nach vorne. Das heißt, wir können ja irgendwo hinhängen, direkt so. Ah, hier sind Fische. Ei. Wir sind, glaub ich, hier runter, ne? Oder, bist du noch was? Hier ist die Tür. Nach außen. Ah. Guck mal, nächster Gang. Ah, guck mal, wo wir wieder sind. Wir sind wieder draußen. Wir sind wieder an unserem Rohr. Jetzt können wir auf den Kran gehen, ne? Wir haben den Kranschlüssel. Oh, yeah. Gehen wir auf den Kran, oder? Ja. 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 Okay. Alter, geil. Weißt du, haben wir schon einen neuen Hinweis, wo das nächste hingeht? Ne, haben wir nicht. Schade. Ja, das bekommen wir wahrscheinlich jetzt mit dem Kran. Müssen wir wahrscheinlich wieder ein Rätsel lösen. Alter, ich habe einfach so viel Heifleisch bekommen. Das ist so geil. Ja, ich habe vier Stück und wir brauchen das halt zum Kochen, so wie wir tun es nicht mehr so essen. Wir haben 25 Heifleisch bekommen. Ja, wir haben ja noch 20 in der Kiste oder so gehabt. Alter. Ja, ich habe ja noch ein Rätsel. Hallo, mein Ranking. Hier ist noch eine Treppe für diesen... Ja, die ist immer noch da. Komm mal hier rein? Ne, eben nicht. Oder ich konnte nicht rein, vielleicht kann man jetzt rein. Ah. Ich versuche mich schon mal hier beim Jumpen dran. Das wirst du nicht schaffen. Ich sage, ich mache den First Trial, Läger. Aber die Physik ist auch komisch. Wenn du springst, kannst du in der Luft noch nach vorne und zurück bewegen. Ja, ist aber schlecht. Ach, scheiße. Nein, die will ganz runter. Ich habe jetzt nach hier oben und schaust mir entspannt zu. Ich schaue dir entspannt zu und erst nebenbei noch Chips. Das stimmt. So richtig laut jetzt. Hast du mehr, bitte? Oh ja. War nur... Mach kurz mein Popschutz ab. Oh nein. Noch besser, wenn du kurz meine Stimme, ohne Popschutz. Gott los. Wenn auch so abgefuckt sein. Ja, die sind alle abgeschaltet. Aber bei dir ist die Wörter mir nicht bisher. Ja, tschöne. Bei mir kann man noch nicht so schaffern. Ich habe es geschaut. Was? Ich habe es einfach geschafft. Oh. Ein. Und ich hier auch weiter. Guck. Guck. Als gutes Vorbild voran. Noch. Oh Gott, ist wieder eine Ratte. Ich gehe weg. Alter, bin ich schnell. Oh mein Gott. Hä? Man ist immer wieder hoch. Ich meine immer so schnell? Hm. Okay, Leute. Dann, äh. Tschönen. Okay, bist du auch da, ne? Ja. Wie bitte hier denn jetzt den Kran-Schlüssel? Oh, alles klar. Medaille. Neu? Ähm. Yay, der nächste Hammer-Heil. Ah, hier sitzt ein Zip-Line-Miking. Loll, war die Freundin schon da? Huiiii. Ja, ich habe da rumgeschraubt freigeschalten. Ja, auch. Zip, zip. Cool. Alter, was denn hier passiert? Alter, ich habe hier reingelt für. Ohne echt mir runtergefallen. Äh, aber hier oben ist halt nichts, ne? Wieso wird hier jetzt Licht? Ja, komm, gehen wir runter? Ja, hier unten ist, ist Licht. Bauplan. Und Hinweis. Oh, ne kratze Batterie. Guck mal, ne bessere Batterie. Echt? Ja, hast du gerade den Bauplan für eingesammelt? Ah ja, vorgeschraubt eine Batterie, Loll. Ah, hier ist noch ein Koffer. Koffer? Da stand noch ein Koffer nebenan, da habe ich noch Loot gefunden. Oh, hier ist auch noch eine Chest. Hier ist eine Küche. Hä, das ist aber dieselbe wie aus Tangerroa. Da haben sie aber nicht neu gepixelt. Ja, wow. Würde ich auch so machen. Ja, und wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Wahrscheinlich hier. Ah! Da müssen wir jetzt auch noch irgendwas geben. Ah ja. Aber ich mache erst mal Licht an. Da drüben ist eine Tür wieder. Oh, hier geht's so aus. Oh scheiße, jetzt müssen wir schnell hoch. Da ist ja nicht weit. Ja, stimmt. Äh, du schwimmst richtig komisch hier hoch. Wieso meinst du? Wir müssen aber so, wie als wäre es so Brust schwimmen, aber einfach nach oben. Nicht, weil ich's kann. Wir haben, glaube ich, einen neuen Code bekommen, ne? Ja, wollte gerade sagen, unten war doch ein Post-it mit einem neuen Code. Temperance. 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 15, 16, 16. Nein, guck mal, wir gucken mal nach, wo wir den Hai hier hinhängen können, den wir bekommen haben. Ja. Oha! Das müssen wir mal hinten wohin machen. Hinten auf das, wo das Steuerding ist. Hinten raus. Oh ja, mein Kind, du hast das eine gute Idee. Oder? Das sieht doch dann richtig geil aus. Ja, ja. Der Hai-Beißer drin, gerade an unserem Anker. Egal, scheiß drauf. Egal. Wir haben die Größen-Hai. Eben, wir haben jetzt was, wovor der Angst haben sollte. Wir können jetzt die A hier so hinstellen. So. Aber bitte mittig. Sonst mein Blut in meine Augen. Warte. Also, das war geplant. Ja, ja. Haben wir eine Mitte? Ja, haben wir sogar. Wir haben sogar eine Mitte. Ja, sag ich ja. Oh, Alter. Aua. Der wird uns gleich nicht mehr angreifen, wenn der das hier hängt. Der Geilfein, das hängt so ein Millimeter über Wasser. Alter, sieht das geil aus. Ja, es wäre so geil, wenn der Hai jetzt dann wirklich Angst hätte vor dem. Kann er sein. Wissen wir ja nicht. Ja, stimmt. Das wäre echt geil, weil dann würde der nicht mehr so rumnerven. Nicht mehr so Nervenseege spielen, ne? Ja, wirklich. Ich würde mal noch... Ja, wir haben jetzt noch zwei Folgen aufgenommen, ne? So, ich habe zwei Sachen noch gelernt. Ja, stimmt. Jetzt habe ich trotzdem zwei Folgen. Das wollte ich eben auch noch sagen. Nein, ich habe noch ein Geschenk, oder? Oh, hast du ein Geschenk für mich? Ja, zwei Stück. Guck mal da. Oh, geil. Oh, danke. So bin ich wieder sehr dankbar. Wir haben auch zwei neue Köpfe von den Viechern, ne? Alter, wir haben echt Gas gegeben in dieser Folge. Wir haben echt mit Loot und so. Ja, ja, die Runde, die, die Runde, die Folge war gut. Alter, wir haben 47 Haifleisch, ne? Nur so, by the way. Ja, gut. Dann können wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann auch machen, die ihr übrigens bei Red findet. Äh, die können wir uns aufmachen, eine neue Insel anzusteuern. Und zwar... Ich muss auch zum Mülleimer. Das ist auch die erste Insel, wo ich mir den Namen insten merken kann, ne? Ja. Cool. Alter, die Rüssel hat richtig Damage bekommen, ne? Die wir gemacht haben. Echt? Ja. Oh mein Gott, die ist fast kaputt. Was? Na, fast kaputt ist meine ich jetzt nicht, aber... Ja doch, das geht schon in den runden Bereich, meine Stiefel. Okay. Oha, was ist das denn? Pilzomelette, wann wird das denn her? Das hab ich mal gefunden. Okay. Das war, glaub ich, sogar hier, ich weiß nicht. Okay. Naja, wo sonst, weil vorher war schon nicht in der Kiste. Ja, true. Wir haben 20 Kupfer Erz einfach in der... Oh Gott, meine Stimme, Hilfe. Ja. Wir haben 20 Kupfer Erz einfach in der... Dinge ins in der Kiste. Ey, ich gucke mal Erz, oh mein Gott. Ja, halt das, was du noch braten musst. Ja. Ey, aber wir haben miese Fortschritte gemacht. Ey, also wirklich krass. Lass mal gucken, es gibt jetzt eine bessere Stirnlampe, die kostet einfach zwei Titanenbarren anstatt zwei Schrott. Alles klar, Digga. Ähm, zuverlässiger und mit hervorragenderer Akkulaufzeit, Junge. Windturbine. Elektrogrill. Die braucht vier Titanenbarren, aber ich würde sagen, das lohnt sich auf vielen Fall. Es gibt jetzt alles einfach nur mit Elektro. Also es gibt jetzt halt einen Grill, der große Grill einfach nur mit Elektro, noch mit mehr Platz und allen Kram. Ähm, aber als erstes machen wir die großen Batterien und die Windturbine. Ja, vor allem die Windturbine doch, damit wir die Batterien wieder laden können, wie die wir schon haben. Auch Essen. Und lädt Batterien mit Windkraft auf. Die können wir, glaube ich, sogar machen, oder? Haben wir vier... Ne, ein Titan fehlt uns. Och, so schade. Ja, wir fahren einfach in der nächsten Folge auf eine große Insel. Und holen uns Titan. Und holen uns Titan. Und dann machen wir endlich etwas damit dieser Unfall hier. Neue neue Batterien. Uncraften. Wir werden hier recyceln. Wir tun der Umwelt was Gutes, ey. Die ist zwar eigentlich kommender Marisch, aber egal. Egal. Hier ist eh alles untergegangen. Wir haben einfach 60 Scharniere, ne? 60? Guck in die Kiste. Guck in die Gruppe, Junge. Guck in die Gruppe. Oh mein Gott. 62 Scharniere. Nicht schlecht. Warum auch nicht, ne? Ja, eben nicht schlecht, Herr Specht. Haha. Aber die wird ja auch kaputt gehen. Wahrscheinlich die Volksschritte Scheinwerfer. Ey, stimmt, wir haben diese ganzen Scheinwerferdinger nicht gebraucht. Ah doch. Einfach unbill. Ja, wir haben der random benutzt. Ja. Ja, Leute. Das war auf jeden Fall eine sehr ereignisreiche Folge, würde ich sagen. Der Heimall. Baustellenhelm hier. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Live-Bild. Und ein Abo da. Schaut unbedingt in die Playlist. Und da findet ihr jedes Video von der Raftstaffel. Schaut auch bei Red vorbei. Erster Link geht in der Beschreibung. Nächste Folge. Ich seh dir bei Red, wie wir Temperance. Heißt, glaub ich. Ne, ich glaub, da sind wir noch nicht bei Temperance in der nächsten Folge. Aber... Ja, okay, maybe noch nicht. Aber... Aber... Wir fahren schon mal dorthin. Ja. Maybe. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Abo da. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020